Dann heißt es hier in Vers 25 aber, um die vierte Nacht war, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, sei getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befieh mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er bei den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und hier sehen wir auch, dass Errettung nicht automatisch spirituell ist, nicht automatisch geistlich ist. Herr, rette mich, dann ging es nicht darum, schenk mir ewiges Leben, sondern rette mich davor, dass ich untergehe. Also Errettung, müssen wir im Kontext sehen, kann auch fleischlich sein. Und das ist wichtig, wenn es um die Endzeit geht, denn was lesen wir in der Bibel, in Matthäus, Kapitel 24, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, das ist keine spirituelle Errettung in dem Kontext. Denn es heißt auch, wenn aber jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der ausgewählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. So würde kein Fleisch gerettet werden. Nun, Fleisch ist Fleisch. Fleisch muss nicht gerettet werden im Sinne von ewiges Leben. Sondern worum geht es dabei, weil ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, dass wir eben ausharren bis zum Ende der großen Drangsal, bis Jesus wiederkommt. Und dann werden wir fleischlich gerettet werden. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber Jesus wird eben die große Drangsal abschneiden, verkürzen und dass eben noch Fleisch gerettet werden kann. Dass eben noch Christen übrig sind, die noch nicht umgebracht wurden, die noch leibhaftig entrückt werden können. Und somit fleischlich gerettet werden.